Also, ich bin Thilo Beuster, ganz lange jetzt Mitglied hier in diesem Verein. Wir dürfen dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft ausrichten in der Harvard-Klasse. Ich bin Finn Kenter, ich komme vom Starnberger See und wir segeln seit 2017 Harvard. Wir finden es cool, weil wir hier zu viert zusammen unterwegs sein können und immer mega viel Spaß zusammen haben. Mein Name ist Friedl Gerke. Am Harvard begeistert mich, dass es ein optimaler Kompromiss zwischen Familienfahrtenschiff und ambitioniertem Regattachiff ist. Mein Name ist Daniel Jonkmanns. Ich komme vom Ruhrstausee in der Eifel in der Nähe von Aachen. Wir hoffen, dass wir hier eine schöne Zeit verbringen und vor allen Dingen vielleicht mitspielen können. Wobei ich denke, dass von den 34 Bötchen, die glaube ich dabei sind, tatsächlich 25 Leute potenzielle Meister sein können. Also von daher wird es sehr eng und spannend und ich freue mich auf eine schöne Zeit mit vielen spannenden Rennen. Und vielen spannenden Rennen.